Neuer Tag, neues Skiglück. Heute ist Samstag, der 14. Januar 2023 und wir beginnen hier an der Waldbahn. Ja, jetzt sind wir hier auf dem Alpkopf und fahren jetzt die 92 runter. Bis zum nächsten Mal. Wir sind jetzt die 73 und die 68 runtergefahren zur Talstation Sattelbahn. Wir fahren jetzt mit der Sattelbahn nach oben und dann nehmen wir die Moosalm Abfahrt und dann werden wir eine kleine Pause machen. Von da oben sind wir runtergekommen, aber nicht zur Moosalm, sondern Steinegg. Steinegg. Bis zum nächsten Mal. sah gut aus die 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 wie heißt dein Spruch? Neuer Tag, neues Skiglück. Heute ist Montag der 16. Januar 2023. Wetter kommt feinsten und wir freuen uns auf die Piste. Hallo Freunde, willkommen zu meinem Video. Wir fahren jetzt die Waldbahn hoch und fahren dann wieder 72 runter, um rüber zu kommen nach Viss. Bis dann, tschau. So, dann wollen wir mal 72 runter, ja? Wir gehen jetzt hier an Pfirtshaus Steineck und fahren jetzt zum Milser Almbahn. Wir sind jetzt mit der schönen Jochbahn bis ganz hoch gefahren, Skigibitladis. Sehr windig hier oben. Und jetzt fahren wir die 19 runter. Und diese Richtung nehmen wir jetzt. Ja, wir haben auch den Pferd, der kommt nach wo die Sonne scheint. Und der Wind wird verrückt. Der Wind macht einen zu schaffen, oder? Ja. Schon heftig da oben, oder? Ja. Und wenn du im Wind bist, dann ist vom Schnee wie Peeling. Ja. Siehste, kann man sich Kosmetika ersparen. Entschuldigung. Bist du der Moorhahn? Bist du der Moorhahn? Ja. So, wir fahren jetzt von der Schöpfbahn die 7 runter. Und, wie war's bisher? Wie sind die 7 und die 8 jetzt abgefahren? Genau. So, wir fahren jetzt mit der Sonnenbahn nach oben. Und fahren jetzt mit der Sonnenbahn nach oben. Ich bin fest. Hallo. Danke. Ich habe gesehen, du bist da über den Hügel gesprungen. Ja. Hast du das ganz extra gemacht? Ja, klar. Wie weit ist das gesprungen? Wie weit ist das gesprungen? Wie weit ist das gesprungen? Fünf? Zu viel? Ich habe mir was bestellt. Ihr Hauswurst mit Raut. Guck dir das Teil mal hier an, doch. Und wo sind wir hier? Wir sind hier im Weiberkessel. Heißt das so? Warte mal hier. Schau mal da. Alles klar. Vorher, nachher schon. Und, hat's geschmeckt? Zum Wohl. Auf dem Mondtag im Schiengebiet. Lade ich. Körger. Auf dem Mondtag im Schiengebiet. A malen spritz Воистin. Schau mal hier. Untertitelung des ZDF, 2020